Erzähl weiter. Daran denkst du halt, dass er noch was jünger ist, ne? Das ist interessant gerade, ey. Ja, wenn er in Engländer 19 ist, dann ist das noch was anderes. Und so ein richtiger Rockstar, ne? Rock'n'Roll Excess. Das war schon der Erfahrung. Kann man nicht lesen. Scheiß Kamera. Ja, wir sind im scheiß Flugzeug und da ist der Flügel. Aber er hat nicht mehr geantwortet. Hier, warte, ich lese hier mal die Messages vor. Wir lesen die Messages vor. Ich will nicht wissen, was die Messages ist. Ich hoffe, ihr habt einen Sonnen Tag in Campen. Was ist dein MySpace? Sonnen Tag? Das Jahr, take care of your school meeting, ja? Duft auf die Typ, wir fliegen jetzt nach Hause. Tschüss, duft auf die Typ. Tschüss. Tschüss. Tschüss.